Im zukünftigen Technopark. Die Gesamtfläche der beiden Speisesäle, einschließlich des Verbindungsgangs und der anderen zwei kleinen Räume, soll ca. 1300 Quadratmeter betreiben. Dieser Speisesaal soll ca. 450 Quadratmeter haben. Das Gebalk ist aus Holz und dann verputzt, weil oben drauf ein Spitzdach aus Asbestzement ist. Der Rahmen selber befindet sich eigentlich noch in einem verhältnismäßig guten baulichen Zustand. Die Heizungen sind hinter den Granitplatten eingebaut. Im Züge steht die Möglichkeit, die Bräder abzutrennen, dass die Gemächer, die links an der Seite liegen, praktisch, also die ehemalige Küche usw. usf. nicht zu dem Haus gehören müsste. Die andere Fläche, die Großfläche des anderen Raumes gibt gleich 4700 Quadratmeter. Der ist so breit wie der hier. Und hier ist noch mal eine Flucht dahinter. Siehst du das? Der hat diese zwei Säulen gehabt hier. Und die Säule dahinten, die Flucht, diese Kamera hinten ist, und kunden am 1.500 Quadratmeter. Das ist die nächste Maschinen. Und die feste? Komma? Wie ist das? Jungs. Wir haben die, die Krassenden, die Schwesterheben. Was ist das? Wir können sie nicht mehr machen. Wir können diese Dauer sein. Und gleich daneben ist die Eingangssituation, eine Vorhalle ungefähr 15 Meter lang und zweieinhalb Meter breit und hier nochmal der unmittelbare Eingang mit drei Türen.